Hallo ihr da draußen, ich begrüße euch ganz dolle zum nächsten Trailer, den ich zwar erst heute jetzt hier reinspiele, aber die Aufnahme mit der Yami, die hatte ich nämlich gestern im Gespräch und heute ist der 7.10.2020, weil sie wieder Huddle mit der Firma Jobcenter hat und das könnt ihr dann gerne schauen bei BitChute, bei VK, die sich den Trailer bei WegnusTV aufrufen, den Link kopieren, in die Browserzeile einfügen, ab damit. Ja und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!